So, da sind wir wieder bei Let's Play, äh, lasst uns mit glücklichen Reifen spielen, oder Let's Play Happy Wheels, wie es eigentlich heißen sollte, und heute befinden wir uns auf einem Versuch. Ich werde jetzt am Stück eineinhalb Stunden Happy Wheels aufnehmen, ähm, eine Zeit, wo normale Menschen wahrscheinlich in den Wahnsinn gehen würden, bei diesem Spiel zumindestens, normalerweise nimmt man ja eigentlich nur 10, 15 Minuten auf. Ich werde es natürlich in 15 Minuten Parts aufteilen, das an sich schon, aber es ist einfach mal ein Versuch, ob ich überhaupt durchhalte, motiviert, eineinhalb Stunden Happy Wheels zu kommentieren. Spaß habe ich an dem Spiel an sich schon, aber man weiß ja nie. Wir fangen einfach mal an, indem wir alle Zombie-Level durchspielen, nein, ha, 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 wir suchen einfach mal nach Zombie und schauen mal, was da so jetzt Neues eingetrudelt ist. Krüppel-Zombie, geil, ich bin doch schon immer, wollte ich schon mal ein Krüppel sein, wir nehmen den Fahrradmann, weil der schon mal immer ausgewählt wird. Krüppel-Zombie, hier ist ein kleiner Möppel für mich, äh, für dich. Du glaubst gar nicht, wie schwer das ist. Viel Spaß, warum ist da was runtergefallen? Viel Spaß, PS, wie, ähm, wie stellt man den Charakter fest? Fuh, nehm Rollstuhlmann. Okay. Ich habe da aber irgendwo so einen Haken, da konnte man das einstellen, aber egal. Das sieht man in den GLP-Tutorial. So, ähm, Das Spiel ist mir viel zu laut. Habe ich es lauter gedreht? Nein. Moment. Dann sehen wir noch mal kurz hier meinen Audio-Mixer. Ja, also mir persönlich ist es kratzlos laut, so kann ich nicht, so kann ich nicht ruhig eineinhalb Stunden spielen. Boah, wie laut ist das denn? Ton weg. Ich höre es ja immer noch. Ich höre es immer noch mit voller Lautstärke. Okay. Sehr schön. Bist du so laut? Ah, der Flash-Player ist dieses Mal so laut, okay. So. Das habe ich schon anpegeln später dann, aber gut. Äh, was macht ihr? Huch, 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 huch. Was verschiebe ich denn jetzt schon? Ja, alles. Sonst ist das Fernseher jetzt noch richtig. Ich hoffe es. Öp. Ähm. Man muss gleich einfach nochmal neu anfangen. Ach, guck mal, da ist die Mine drauf. Süß. Ach, fangen wir einfach mal an. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Wuhu. Okay, die Mine ist auf jeden Fall explodiert durch... Keine Ahnung was. So. Och. Weile. Und bestimmt sind hier überall noch Minen und alles. Hup. Einfach durchfliegen, einfach durchfliegen, einfach durchfliegen. Ich glaube, ich bin schon viel zu weit. Fliegen wir einfach weiter. So. Und in den Abgrund gesunken. Sehr schön. Dann nochmal von vorne. Wir stehen die Maus nochmal ein bisschen zur Seite. Ups. Soll er. Nochmal neu. So. Komm, und jetzt voll Gas. Mh. Pam. Voll dagegen. So muss das. Ups. Keine Pfeile in meinem Kopf. Die tun weh. Die tun weh. Das tut alles weh. Das tut erst recht weh. Aua. Volle Pfeile noch machen. Alter, was ist das überhaupt für eine Hintergrundfarbe hier? Ich kriege ja Augencrebs nur vom Anfang vom Spielen. Bló siihen. Warum? Ich versuchs nochmal. So. Hier hoch. Und jetzt go. Go, dir Mann. Woah, dir Mann. Ups. Voll einfach Eis Beat her drüber. Ihr habt eine Axt vorbei und... User left the channel? Was ist das? Die ist... Die ist connectet! So, jetzt bin ich nicht mal mehr im TS. Vielleicht kommen jetzt noch 10 weitere Aufnahmefehler, aber hey... Was war das? Keine Ahnung. Auch meine Augen tun langsam weh von dem Level. Kann das bitte mal aufhören? Level, da endlich zu... Aua! Level... Fall in meinem Kopf! In deinem 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 Kopf! Oh! Was ist? Kann ich dann endlich mal irgendwo noch hinkommen? Also wirklich so irgendwo! Also nicht nur irgendwo, sondern irgendwo! Einfach mal so da rüber... D-d-d-d-d-d und... Perfekt! Seh doch, wunderbar! Ich will das Level schaffen! Das ist alles! Ich will das, ich will das Level. Ich will das... Ich will das zu packen. Ich will das so, wie ich spielen würde, wenn ich normal spielen würde. Und das ist wohl der realistische... Let's play... Was? Was ich hier für Konstruktionen hinzauber? Es ist einfach unglaublich. Aber ich kann schon hier voll... Ich bin schon voll der Skilled Wheelchairman, wie man sieht. Also zumindest bis irgendwas Gefährliches kommt, bin ich gut. Haha, tolle Aussage. Ich bin gut, bis was Gefährliches kommt. So, nochmal aufrichten und flug. Nein! Dober Flug. Dober Wheelchair. Wer hat denn überhaupt einen Stuhl mit einem Raketen-Ever dran? Lebe ich noch? Lebe ich noch? Ja. Na, 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 na. Ha, ha, ha. Aua! Na, und dann renne ich schön ins Messer rein. Super. So, wenn ich's jetzt nicht in einer Minute hab, dann nehmen wir das nächste Level. Sonst sind's fünf Minuten um. Wir haben nichts erreicht. Das ist natürlich so Standard bei guten Let's Plays. So. Au. So, der letzte Versuch. Angle. Natürlich, wenn ich erstmal hier in der Schalt hochkomme. Und jetzt einfach losfliegen. Superman-Style. Ah, ich bin weiter. Ich bin weiter. Ah, und dann muss ich da hoch und dann wäre das Ziel. Ah, wir haben wissen, wo das Ziel ist. Wir sind fast hingekommen. Oh, meine Augen. Wie sie sich entspannt. Ha, hallelujah. Hallo, Tomy. Das ist mein erster Mappish. Also sei nicht zu hart zu ihr. Oh, tu, oh. Mappish. Jot, jot, jot. Poco-Stack, man. Poco-Stack, Poco-Action. Von? Von? Von wem? Muss nachlesen. Von Maloren LP. Okay. Hallo Tommy, ich wollte dir sagen, dass ich das an deiner Stelle nicht lesen würde. Danke sehr. Sehr nett. Freut man sich noch immer drüber? Noob. Aua. Ich bin gut. Ich bin gut. So. Warum habe ich überhaupt gerade gut anstatt gut geschrieben? Keine Ahnung. Like a zombie. Ja klar, ist dann einfach mal doppelt so hoch. Es ist nicht so hier. Ne? Und so. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte den Satz anfangen, aber habe ich diesen Satz noch gar nicht in meinem Kopf zu Ende gebaut gehabt. Ich baue Sätze in meinem Kopf. Ich bin wie Bob-Bob-Bob-Bob der Baumeister. So, ich komme rüberrollen. PAM! Extra großfindig. Ah, danke. Oh Gott, ich habe sie erwischt. Und jetzt, da lädt sie auf. Wahrscheinlich tötet sie mich jetzt einfach nur. PAM! Na ja. Na ja. Ich dance, hä? Okay, jetzt kann ich nicht mehr danzen. PAM! Tach, ich habe sogar Nut übersprungen. Jetzt bin ich sogar gut mit dem ersten Sprung, ja? Ja! Und jetzt hier. PAM! Alle Glasbitter in meinem Kopf. So muss das. Alles da rein. Ganze Kacke. So. Und jetzt müssen wir nochmal nochmal da... Wie der Glasbitter preiskalt aus meinem Arsch so raushängt. Bitte, geh weg! Oh mein Gott! Der soll weggehen! Mach den Glasbitter aus meinem Gesäß! Ah, danke. Sehr schön. Ich werde mir auch nebenbei noch gleich eine Capri aufmachen und dann noch eine Capri-Chili trinken. Sonst tut mir meinen Hals so schnell wie wenn ich... Pah! Pah! Wunderbar! Schaffe ich ja auch jetzt noch. Nochmal. Pau! 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 Ach komm! Warum reißen jetzt meine Beine auf einmal ab? Pau! 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 Jetzt roll ich einfach in die Hand. Pau! Pau! Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch überleben werde. Vielleicht doch. Nein. Ja. Kariert. Gestreift. Nein. Keine Ahnung. Hui! Ich lebe! Auf dem Stachelloch. Moment. Moment! Hup! Hup! Da ist das Ziel. Danke fürs Spielen. Ich hoffe, mein erstes Klavett dir gefallen. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt da rüberkommen würde. Ich kann mich halt nicht nur so in die Luft rollen. Da. Blablabla. Blablabla. Komm, 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 komm! Ich falle ja rückwärts eher. So, jetzt hat er aber. Nein. Okay. Wann mal. So. Pam! Jetzt hat er aber. Schön auf die Mülltonnen. Jetzt rollen wir nochmal über den Stuhl. Oh Gott, was habe ich denn Stuhl? Gott. Hilfe. So. Jetzt nochmal nach hinten rollen. Pau! Wir sind hier voll. Gott. So. Wunderbar. Wunderbar. Selbstreplay. Kann ich das? Cool. Ich speichere übrigens auch meine Selbstreplays. Von den Maps, die ich mache ab jetzt. Wenn das nicht zu lange dauert. Dauert das zu lange. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt zwei Maps gespielt. Und die sind schon acht Minuten um. Von eineinhalb Stunden. Selbstreplay. Faster. Okay, dann lassen wir das lieber. Sonst dauert es 100 Jahre. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Während das mache ich mir mal eine Caprisonne auf. Da wir ja eh Zeit haben. Tup. Tup. Welche Caprisonne ich denn trinke? Ähm. Caprisonne Powerteam. Uh. Das ist delicious. Ja. 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 Geflüchtig. Wir laufen hier. Ja das ist matched. Das habe ich mir benutzt. Da würde ich eigentlich verm pasado. Ja aber. Ich hab mir das einfach nicht tun. Tschüss. Ich glaube, das Spiel geht wieder. Es geht! Nein. Aber nicht. Man könnte es ja auch versuchen, ne? Ich habe hier noch meine Capri-Sonne. Ach guck mal. Level. Try to survive! Ich gehe einfach mal eiskalt rein. So Pogo-Stick. Und wir werden survive-en. Don't move. Oh mein Gott! Äh... Ich will aber da rein-moven. Was zu... Genau. 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 Ich rutsch sogar noch mal ab. Nein, du sollst abrutschen, komm. Ja, nein, tiefer, 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 tiefer. Du bist nicht gut. Doch, ich bin gut. Falsche Richtung, Pogo-Stick-Man. Rutsch nach außen. Bewegst du dich nochmal, bitte? Nein, okay. Gut, wir gehen wieder zu den Zombie-Level natürlich. Ähm, Zombie... Ich wollte nur schauen, ob ein Level geht. Just Chuck Norris kann du das. Ja, cool. Dann macht man auch solche Level. Die machen auch so viel Spaß, wenn man sie nicht schafft. So, oh ja, ein Hoch auf Freude. Ja, also... Hi. Ich bin der Tom May. Ich mache Let's Play auf YouTube und wir sehen hier ein Loading Levels Bildschirm. Willkommen zurück zu Let's Play Loading Levels. Wunderbar. Was soll ich machen? Nix. Doofes Spiel. Ich könnte hier währenddessen noch twittern. Ich twittern einfach mal. Ich nehme gerade Happy Wheels auf, Komma. Aber das Level lädt nicht, Komma. Darum tweete ich... Zweily. Mitten in der Aufnahme. Yay. So. Hehehe. Gut, ähm... Ja, ich mache noch mal eine Pause, bis es wieder geht. Irgendwann wird es schon noch gehen, vielleicht. Ich hoffe es. Für mich ist es ja auch nicht gerade spannender. Ich sitze vor einem leeren Bildschirm und rede mit euch. Also ja. So. Ähm... Ich kann noch die Antworten vorlesen. Warum nicht? Ähm... Floppy mit 0 und 3 schreibt... Äh... Hallo Aufnahme. Shadowlyfix schreibt... Hab Spaß beim Laden. Bia Berry schreibt... Vollkommen fassungslos begeistert. L Pleit schreibt... Professioneller denn je. N Nofi LP schreibt... Auf professionelle Aufnahme. Codred... Du nimmst Happy Wheels aus. Naja, bei der BW kann ich das verstehen. Was habe ich ausgeschrieben? Oh, ich habe geschrieben. Ich nehme Happy Wheels aus. Uh. Und Lenny Boss mit 3. Beim Lenny ist auch in der Aufnahme drin. Und ja, cool. Und so. Ähm... Ja, ne? Cool. Wir sehen uns gleich. Hahaha. Ich mache den Part 20 Minuten. Ich hoffe, dass ich dran denke. Wenn nicht, dann sind es für 15 Minuten. Wo wir 2 Level gespielt haben und nichts erreichen. Yay! Hey! Wisst ihr was? Die Level gehen wieder. Ich darf da jetzt das nächste Level spielen. Cool, oder? Ich hoffe doch. So. Also gehts auf jeden Fall wieder weiter. D-b-b-b-b-b-b-b-b-b Mr. Morgan Zombie Flyer von Andre Lewin. Das ist euer Flieg-Level. Hier kriegen wir Fliegen. Mit Pogo-Stickman. Und ich sehe gerade die Twitter-Menschen. Es hängen so unter einer Ecke da drin. Hm. Ich sollte, glaube ich, aufpassen, dass die Twitter-Menschen nicht da drin hängen. Haaaah. Ich weiß gar nicht, ob man die in der späteren Aufnahme sieht. Trotzdem ist es doof, dass die drin hängen. Warum hängen die drin? Das war doch früher nicht so. Ach so. Weil einfach 10 Tweets an mich kamen. Klar. Sowas ist nicht normal bei meinem Tweet. Denken sie, dass 3 hintereinander kommen. Ich glaube, ich sollte lieber spielen hier, oder? Während die Gedärme da so rumfliegen. Gut. Wenn halt nur so eine kleine schwarze Ecke aufploppt, dann ist es nur wegen Metro-Tweet. Wir spielen auf jeden Fall jetzt mal weiter. Und äh, was müssen wir machen? Ach, wir fliegen. Okay. Ich bin doch schon im Ziel gewesen. Ich bin doch schon im Ziel gewesen. Ich bin doch nicht gestorben. Ich mach einfach so. Ich mach hier so einen Off-Bolding-Ball. Okay. Ich drück einfach jede Richtung einmal mal beim Fliegen. Vielleicht funktioniert ja einer. Tatsache, einer hat funktioniert wunderbar. Gut, das war ein breites Löffel. Zombie und GP vs. Hater von ein Nicky. Ein Hater hat deinen YouTube-Account geeignet. Erleichtere dich. Von mit Ingwer Span-Splats. Bldblblblblblblblblblblblblblhblblblblblblblblbleh.